Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 860 bis B 884 Dieter Hartrup liest Der Transzentralen Methodenlehre drittes Hauptstück, die Architektonik der reinen Vernunft Ich verstehe unter einer Architektonik die Kunst der Systeme. Weil die systematische Einheit dasjenige ist, was gewöhnliche Erkenntnis allererst zur Wissenschaft macht, das heißt aus einem bloßen Aggregat der Erkenntnis ein System, so ist Architektonik die Lehre des Zientifischen in unserer Erkenntnis überhaupt und sie gehört also notwendig zur Methodenlehre. Unter der Regierung der Vernunft dürfen unsere Erkenntnisse keine Rhapsodie, sondern sie müssen ein System ausmachen, in welchem sie allein die wesentlichen Zwecke der Vernunft unterstützen und befördern können. Ich verstehe aber unter einem System die Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee. Diese ist der Vernunftbegriff in der Form eines Ganzen, insofern durch ihn der Umfang des mannigfaltigen und die Stelle der Teile untereinander a priori bestimmt wird. Der scientifische Vernunftbegriff enthält also den Zweck und die Form des Ganzen, das mit ihm konkurriert. Die Einheit des Zwecks, worauf sich alle Teile und in seiner Idee auch untereinander beziehen macht, dass ein jeder Teil bei der Kenntnis der Übrigen vermisst werden kann, B 861, und keine zufällige Beifügung oder unbestimmte Größe der Vollkommenheit, die nicht ihrer a priori bestimmten Grenzen hat, stattfindet. Das Ganze ist also gegliedert und nicht gehäuft. Es kann zwar innerlich, aber nicht äußerlich wachsen, wie ein tierischer Körper, dessen Wachstum kein Glied hinzusetzt, sondern ohne Veränderung der Proportion ein jedes zu seinen Zwecken stärker und tüchtiger macht. Die Idee bedarf zur Ausführung ein Schema, das heißt eine a priori aus dem Prinzip des Zwecks bestimmte wesentliche Mannigfaltigkeit und Ordnung der Teile. Das Schema, welches nicht nach einer Idee, das heißt aus dem Hauptzweck der Vernunft, sondern empirisch, nach zufällig sich darbietenden Absichten, deren Menge man nicht im Voraus wissen kann, entworfen wird, nicht technisch wegen der Ähnlichkeit des Mannigfaltigen oder des zufälligen Gebrauchs der Erkenntnis in Konkreto zu allerlei beliebigen äußeren Zwecken, sondern architektonisch, um der Verwandtschaft willen und der Ableitung von einem einzigen, obersten und inneren Zweck, der das Ganze allererst möglich macht, kann dasjenige entspringen, was wir Wissenschaft nennen, dessen Schema den Umriss und die Einteilung des Ganzen in Glieder der Idee gemäß, das heißt a priori, B 862, enthalten und dieses von allen anderen sicher und nach Prinzipien unterscheiden muss. Niemand versucht es, eine Wissenschaft zustande zu bringen, ohne dass ihm eine Idee zugrunde liegt. Allein in der Ausarbeitung der Idee entspricht das Schema, ja sogar die Definition, die er gleich zu Anfang von seiner Wissenschaft gibt, sehr selten seiner Idee, denn diese liegt wie ein Keim in der Vernunft, in welchem alle Teile noch sehr eingewickelt und kaum der mikroskopischen Beobachtung erkennbar verborgen liegen. Deswegen muss man Wissenschaften, weil sie doch alle aus dem Gesichtspunkt eines gewissen allgemeinen Interesses ausgedacht werden, nicht nach der Beschreibung, die der Urheber davon gibt, sondern nach der Idee, welche man aus der natürlichen Einheit der Teile, die er zusammengebracht hat, in der Vernunft selbst gegründet findet, erklären und bestimmen. Denn da wird sich finden, dass der Urheber und oft noch seine spätesten Nachfolger um eine Idee herumirren, die sich selbst nicht haben, deutlich machen und da den eigentümlichen Inhalt, die Artikulation, die systematische Einheit und Grenzen der Wissenschaft nicht bestimmen können. Es ist schlimm, dass nur zuletzt, nachdem wir lange Zeit nach Anweisung einer in uns versteckt liegenden Idee rhapsodistisch viele darauf sich beziehenden Erkenntnisse als Bauzeug gesammelt, ja gar lange Zeiten hindurch sie technisch zusammengesetzt haben, wie 863, es uns dann allererst möglich ist, die Idee in hellerem Lichte zu erblicken und ein Ganzes nach den Zwecken der Vernunft architektonisch zu entwerfen. Die Systeme scheinen wie Gewürme durch eine Generatio Equivoca aus dem bloßen Zusammenfluss von aufgesammelten Begriffen anfangs verstümmelt, mit der Zeit vollständig gebildet worden zu sein, obwohl alle insgesamt ihr Schema als den ursprünglichen Keim, in der sich bloß auswickelnden Vernunft hatten und darum nicht allein ein Jedes für sich nach einer Idee gegliedert, sondern noch dazu alle untereinander in einem System menschlicher Erkenntnis wiederum als Glieder eines Ganzen zweckmäßig vereinigt sind und eine Architektonik alles menschlichen Wissens erlauben, die jetzt, da schon so viel Stoff gesammelt ist oder aus Ruinen eingefallener alter Gebäude genommen werden kann, nicht allein möglich, sondern nicht einmal sogar schwer sein würde. Wir begnügen uns hier mit der Vollendung unseres Geschäftes, nämlich lediglich die Architektonik, alle Erkenntnisse aus reiner Vernunft zu entwerfen und fangen nur von dem Punkte an, wo sich die allgemeine Wurzel unserer Erkenntniskraft teilt und zwei Stämmer auswirft, deren eine Vernunft ist. Ich verstehe aber unter Vernunft das ganze obere Erkenntnisvermögen und setze also das Rationale dem Empirischen entgegen. Wenn ich von allem Inhalt der Erkenntnis objektiv betrachtet abstrahiere, so ist alle Erkenntnis subjektiv entweder historisch oder rational. B. 864 Die historische Erkenntnis ist cognitio ex datis, die rationale aber cognitio ex principis. Eine Erkenntnis mag ursprünglich gegeben sein, woher sie wolle, so ist sie doch bei dem, der sie besitzt, historisch, wenn er nur in dem Grade und so viel erkennt, als ihm anderwärts gegeben worden ist. Es mag dieses ihm nun durch unmittelbare Erfahrung oder Erzählung oder auch Belehrung allgemeiner Erkenntnisse gegeben sein. Daher hat der, welch ein System der Philosophie, z.B. das Wolfische, eigentlich gelernt hat, ob er gleich alle Grundsätze, Erklärungen und Beweise mit der Einteilung des ganzen Lehrgebäudes im Kopf verhäte und alles an den Fingern abzählen könnte, doch keine andere als vollständige historische Erkenntnis der wolfischen Philosophie. Er weiß und urteilt nur so viel, als ihm gegeben war. Bestreitet man ihm eine Definition, so weiß er nicht, wo er eine andere hernehmen soll. Er bildete sich nach fremder Vernunft, aber das nachbildende Vermögen ist nicht das erzeugende, d.h. die Erkenntnis entsprang bei ihm nicht aus Vernunft und obwohl es objektiv allerdings eine Vernunfterkenntnis war, so ist sie es doch subjektiv bloß historisch. Er hat gut gefaßt und behalten, d.h. gelernt und ist ein Gipsabdruck von einem lebenden Menschen. Vernunfterkenntnisse, die es objektiv sind, d.h. anfangs nur aus der eigenen Vernunft des Menschen entspringen können, dürfen nur dann allein auch subjektiv diesen Namen führen, b. 865, wenn sie aus allgemeinen Quellen der Vernunft, woraus auch die Kritik, ja selbst die Verwerfung des Gelernten entspringen kann, d.h. aus Prinzipien geschöpft werden. Alle Vernunfterkenntnis ist nun entweder die aus Begriffen oder aus der Konstruktion der Begriffe. Die erste Erkenntnis heißt philosophisch, die zweite mathematisch. Von dem inneren Unterschied beider habe ich schon im ersten Hauptstück gehandelt. Eine Erkenntnis kann also objektiv-philosophisch sein und ist doch subjektiv-historisch, wie bei den meisten Lehrlingen und bei allen, die über die Schule niemals hinaussehen und zeitlebens Lehrlinge bleiben. Es ist aber doch sonderbar, dass die mathematische Erkenntnis, so wie man es erlernt hat, doch auch subjektiv für Vernunfterkenntnis gelten kann und ein solcher Unterschied bei ihm nicht so wie bei dem Philosophischen stattfindet. Die Ursache ist, weil die Erkenntnisquellen, aus denen der Lehrer allein schöpfen kann, nirgends anders als in den wesentlichen und echten Prinzipien der Vernunft liegen und mit denen von dem Lehrling nirgendwo anders hergenommen noch etwas bestritten werden können. Und dies ist darum, weil der Gebrauch der Vernunft hier nur in concreto, und zwar dennoch a priori, nämlich an der reinen und eben deswegen fehlerfreien Anschauung geschieht und alle Täuschung und Irrtum ausschließt. Man kann also unter allen Vernunftwissenschaften a priori nur allein Mathematik niemals aber Philosophie, es sei denn historisch, sondern was die Vernunft betrifft, höchstens nur Philosophieren lernen. B. 866 Das System aller philosophischen Erkenntnis ist nun Philosophie. Man muss sie objektiv nehmen, wenn man darunter das Urbild der Beurteilung aller Versuche zu philosophieren versteht, welche jede subjektive Philosophie zu beurteilen dienen soll, deren Gebäude oft so mannigfaltig und so veränderlich ist. Auf diese Weise ist Philosophie die bloße Idee einer möglichen Wissenschaft, die nirgends in concreto gegeben ist, welche man sich aber auf mancherlei Wegen zu nähern sucht, solange bis der einzige, sehr durch Sinnlichkeit verwachsene Fußsteig entdeckt wird und das bisher verfehlte Nachbild, soweit es Menschen vergönnt ist, dem Urbild gleich zu machen gelingt. Bis dahin kann man keine Philosophie lernen, denn wo ist sie, wer hat sie im Besitz und woran lässt sie sich erkennen? Man kann nur Philosophieren lernen, das heißt, das Talent, der Vernunft, in der Befolgung ihrer allgemeinen Prinzipien an gewissen vorhandenen Versuchen üben, doch immer mit Vorbehalt des Rechts der Vernunft, jene selbst in ihren Quellen zu untersuchen und zu bestätigen oder zu verwerfen. Bis dahin ist aber der Begriff von Philosophie nur ein Schulbegriff, nämlich von einem System der Erkenntnis, die nur als Wissenschaft gesucht wird, ohne etwas mehr als die systematische Einheit dieses Wissens, mithin die logische Vollkommenheit der Erkenntnis zum Zwecke zu haben. Es gibt aber noch einen Weltbegriff, einen Conceptus Cosmicus, der dieser Benennung jederzeit zugrunde gelegen hat, vornehmlich, wenn man ihn gleichsam personifizierte und in dem Ideal des Philosophen sich als ein Urbild vorstellte. In dieser Absicht ist Philosophie die Wissenschaft von der Beziehung aller Erkenntnis auf die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft und der Philosoph ist nicht der Vernunftkünstler, sondern der Gesetzgeber der menschlichen Vernunft. In solcher Bedeutung wäre es sehr anmaßend, sich selbst einen Philosophen zu nennen und sich anzumaßen, dem Urbild, das nur in der Idee liegt, gleichgekommen zu sein. Der Mathematiker, der Naturforscher, der Logiker sind, so vortrefflich die Ersteren, auch überhaupt in der Vernunfterkenntnis, die Zweiten besonders in der philosophischen Erkenntnis fortgeschritten sind, doch nur Vernunftkünstler. Es gibt noch einen Lehrer im Ideal, der alle diese ansetzt, sie als Werkzeuge nutzt, um die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft zu befördern. Diesen allein müssten wir den Philosophen nennen. Aber da er selbst doch nirgends, die Idee aber seiner Gesetzgebung, allenthalben in jeder Menschenvernunft angetroffen wird, so wollen wir uns lediglich an die Vernunft halten und näher bestimmen, was Philosophie nach diesem Weltbegriffe für systematische Einheit aus dem Standpunkt der Zwecke vorschreibt. W 868 Wesentliche Zwecke sind darum noch nicht die höchsten, von denen bei vollkommener systematischer Einheit der Vernunft es nur einen einzigen geben kann. Daher sind sie entweder verwerbende Endzweck oder subalterne Zwecke, die zu jenem als Mittel notwendig gehören. Die erste ist kein anderer als die ganze Bestimmung des Menschen und die Philosophie hierüber heißt Moral. Um dieses Vorzugswillen, den die Moralphilosophie vor aller anderen Vernunftbewerbung hat, verstand man auch bei den Alten unter dem Namen des Philosophen jederzeit zugleich und vorzüglich den Moralisten. Selbst macht der äußere Schein der Selbstbeherrschung durch Vernunft das man jemanden noch heute bei seinem eingeschränkten Wissen nach einer gewissen Analogie Philosoph nennt. Die Gesetzgebung der menschlichen Vernunft, die Philosophie, hat nun zwei Gegenstände, Natur und Freiheit und enthält also sowohl das Naturgesetz als auch das Sittengesetz, anfangs in zwei besonderen, zuletzt aber in einem einzigen philosophischen System. Die Philosophie der Natur geht auf alles, was da ist, die der Sitten nur auf das, was da sein soll. Alle Philosophie aber ist entweder Erkenntnis aus reiner Vernunft oder Vernunfterkenntnis aus empirischen Prinzipien. Die erste heißt reine, die zweite empirische Philosophie. Die Philosophie der reinen Vernunft ist nun entweder propedeutig, Vorübung, welche das Vermögen der Vernunft bei aller reinen Erkenntnis a priori untersucht und heißt Kritik. Oder zweitens das System der reinen Vernunft, Wissenschaft, die ganze wahre, sowohl als scheinbare, philosophische Erkenntnis aus reiner Vernunft im systematischen Zusammenhang und heißt Metaphysik. Wie wohl dieser Name auch der ganzen reinen Philosophie mit Inbegriff der Kritik gegeben werden kann, um sowohl die Untersuchung alles dessen, was jemals a priori erkannt werden kann, als auch die Darstellung desjenigen, was ein System reiner philosophischen Erkenntnis dieser Art ausmacht, von allem empirischen aber, ebenso dem mathematischen Vernunftgebrauch unterschieden ist, zusammenzufassen. Die Metaphysik teilt sich in die des spekulativen und praktischen Gebrauchs der reinen Vernunft und ist also entweder Metaphysik der Natur oder Metaphysik der Sitten. Jener enthält alle reinen Vernunftprinzipien aus bloßen Begriffen, mithin mit Ausschluss der Mathematik, von der theoretischen Erkenntnis aller Dinge. Diese die Prinzipien, welche das Tun und Lassen a priori bestimmen und notwendig machen. Nun ist die Moralität die einzige Gesetzmäßigkeit der Handlungen, die völlig a priori aus Prinzipien abgeleitet werden kann. Daher ist die Metaphysik der Sitten eigentlich die reine Moral, in welcher keine Anthropologie, keine empirische Bedingung zugrunde gelegt wird. Die Metaphysik der spekulativen Vernunft ist nun das, was man im engeren Verstande Metaphysik zu nennen pflegt. Insofern aber reine Sittenlehre doch gleichwohl zu dem besonderen Stamm menschlicher und zwar philosophischer Erkenntnis aus reiner Vernunft gehört, so wollen wir ihr jene Benennung erhalten, obgleich wir sie als zu unserem Zweck jetzt nicht gehörig hier beiseite setzen. Es ist äußerst erheblich, Erkenntnisse, die ihrer Gattung und ihrem Ursprung nach von anderen unterschieden sind, zu isolieren und sorgfältig zu verhüten, dass sie nicht mit anderen, mit welchen sie im Gebrauch gewöhnlich verbunden sind, in ein Gemisch zusammenfließen. Was Chemiker beim Scheiden der Materien, was Mathematiker in ihrer reinen Größenlehre tun, das muss noch weit mehr der Philosoph tun, damit er den Anteil, den eine besondere Art der Erkenntnis am herumschweifenden Verstandesverbrauch hat, ihren eigenen Wert und Einfluss sicher bestimmen kann. Daher hat die menschliche Vernunft seitdem, dass sie gedacht oder vielmehr nachgedacht hat, niemals einer Metaphysik entbehren, aber gleichwohl sie nicht genugsam geläutert von allem Fremdartigen darstellen können. Die Idee einer solchen Wissenschaft ist ebenso alt wie die spekulative Menschenvernunft. Und welche Vernunft spekuliert nicht, es mag nun auf scholastische oder populäre Art geschehen. Man muss indessen gestehen, dass die Unterscheidung der zwei Elemente unserer Erkenntnis, W871, deren die einen völlig a priori in unserer Gewalt sind, die anderen nur a posteriori aus der Erfahrung genommen werden können, selbst bei Denkern von Gewerbe nur sehr undeutlich blieb und daher niemals die Grenzbestimmung einer besonderen Art von Erkenntnis mitte nicht die echte Idee einer Wissenschaft, die so lange und so sehr die menschliche Vernunft beschäftigt hat, zustande bringen konnte. Wenn man sagte, Metaphysik ist die Wissenschaft von den ersten Prinzipien der menschlichen Erkenntnis, so bemerkte man dadurch nicht eine ganz besondere Art, sondern nur einen Rang bei der Allgemeinheit, dadurch sie also vom Empirischen nicht wirklich unterschieden werden konnte. Denn auch unter empirischen Prinzipien sind einige allgemeiner und darum höher als andere und in der Reihe einer solchen Unterordnung, da man das, was völlig a priori von dem, was nur a posteriori erkannt wird, nicht unterscheidet. Wo soll man den Abschnitt machen, der den ersten Teil und die obersten Glieder von dem Letzten und den Untergeordneten unterscheidet? Was würde man dazu sagen, wenn die Zeitrechnung die Epochen der Welt nur so bezeichnen könnte, dass sie sie in die ersten Jahrhunderte und in die darauf folgenden einteilte? Gehört das fünfte, das zehnte etc. Jahrhundert auch zu den ersten, würde man fragen? Ebenso frage ich, gehört der Begriff des Ausgedehnten zur Metaphysik? Ihr antwortet ja. Ei, aber auch der des Körpers? Ja. Und der des flüssigen Körpers? B. 872 Ihr werdet stutzig, denn wenn es so weiter fortgeht, so wird alles in die Metaphysik gehören. Hieraus sieht man, dass der bloße Grad der Unterordnung, das Besondere unter dem Allgemeinen, keine Grenzen einer Wissenschaft bestimmen kann, sondern in unserem Falle die gänzliche Ungleichartigkeit und Verschiedenheit des Ursprungs. Was aber die Grundidee der Metaphysik noch auf einer anderen Seite verdunkelt, war, dass sie als Erkenntnis a priori mit der Mathematik eine gewisse Gleichartigkeit zeigt, die zwar, was den Ursprung a priori betrifft, sie einander verwandt macht, was aber die Erkenntnisart aus Begriffen bei jener im Vergleich mit der Art, bloß durch Konstruktion der Begriffe a priori zu urteilen, bei dieser mit in den Unterschied einer philosophischen Erkenntnis von der mathematischen anlangt, so zeigt sich eine so entschiedene Ungleichartigkeit, dass man zwar jederzeit gleichsam fühlte, niemals aber auf deutliche Kriterien bringen konnte. Dadurch ist es nun geschehen, dass, da Philosophen selbst in der Entwicklung der Idee ihrer Wissenschaft fehlten, ihre Bearbeitung keinen bestimmten Zweck und keine sichere Richtschnur haben konnte und sie bei einem so willkürlich gemachten Entwurf unwissend in dem Wege, den sie zu nehmen hätten und jederzeit unter sich streitig über die Entdeckungen, die ein jeder auf dem Seinigen gemacht haben wollte, ihre Wissenschaft zuerst bei anderen und endlich sogar bei sich selbst in Verachtung brachten. B 873 Alle reine Erkenntnis a priori macht also Vermöge des besonderen Erkenntnisvermögens, darin es allein seinen Sitz haben kann, eine besondere Einheit aus und Metaphysik ist diejenige Philosophie, welche die Erkenntnis in dieser systematischen Einheit darstellen soll. Ihr spekulativer Teil, der sich diesen Namen vorzüglich zugeeignet hat, nämlich die, welche wir Metaphysik der Natur nennen und alles, insofern es ist nicht das, was sein soll, aus Begriffen a priori erwägt, wird nun auf folgende Art eingeteilt. Die im engeren Verstand sogenannte Metaphysik besteht aus der Transzentalphilosophie und der Psychologie in der reinen Vernunft. Die erstere betrachtet nur den Verstand und die Vernunft selbst in einem System aller Begriffe und Grundsätze, die sich auf Gegenstände überhaupt beziehen, ohne Objekte anzunehmen, die gegeben wären. Die zweite betrachtet Natur, das heißt, die Menge gegebener Gegenstände, sie mögen nun den Sinnen oder, wenn man will, einer anderen Art von Anschauung gegeben sein und ist also Physiologie, obgleich nur rational ist. Nun ist aber der Gebrauch der Vernunft in dieser rationalen Naturbetrachtung entweder physisch oder hyperphysisch oder besser entweder immanent oder transzendent. Der erste geht auf die Natur, soweit als ihre Erkenntnis in der Erfahrung angewandt werden kann, der zweite auf diejenige Verknüpfung der Gegenstände der Erfahrung, welche alle Erfahrungen übersteigt. B 874 Diese transzendente Physiologie hat daher entweder eine innere Verknüpfung oder äußere, die aber beide über mögliche Erfahrungen hinausgehen zu ihrem Gegenstand. Jene ist die Physiologie der gesamten Natur, das heißt die transzendentale Welterkenntnis, diese des Zusammenhangs der gesamten Natur mit einem Wesen über der Natur, das heißt die transzendentale Gotteserkenntnis. Die immanente Physiologie betrachtet dagegen Natur als die Menge aller Gegenstände der Sinne mithin so wie sie uns gegeben ist, aber nur nach Bedingungen a priori unter denen sie uns überhaupt gegeben werden kann. Es gibt aber nur zweierlei Gegenstände hier, die der äußeren Sinne mit Hinein Begriff die körperliche Natur. Zweitens der Gegenstand des inneren Sinnes die Seele und nach ihren Grundbegriffen überhaupt die denkende Natur. Die Metaphysik der körperlichen Natur heißt Physik, aber weil sie nur die Prinzipien ihrer Erkenntnis enthalten soll, rationale Physik. Die Metaphysik der denkenden Natur heißt Psychologie und aus der eben angeführten Ursache ist hier nur die rationale Erkenntnis zu verstehen. Demnach besteht das ganze System der Metaphysik aus vier Hauptteilen Erstens der Ontologie Zweitens der rationalen Physiologie Drittens der rationalen Kosmologie Viertens der rationalen Theologie Der zweite Teil nämlich die Naturlehre der reinen Vernunft enthält zwei Abteilungen die Physiker Rationalis und Psychologiker Rationalis Anmerkung a Man denke ja nicht dass ich hierunter dasjenige verstehe was man gemeinlich Physiker Generalis nennt und mehr Mathematik als Philosophie der Natur ist denn die Metaphysik der Natur sondert sich gänzlich von der Mathematik ab hat auch bei Weitem nicht so viele erweiternde Einsichten anzubieten als diese ist aber doch sehr wichtig wegen der Kritik des auf die Natur anzuwendenden Reihenverstandes überhaupt in Ermangelung deren selbst Mathematiker indem sie gewissen gemeinen in der Tat noch metaphysischen Begriffen anhängen die Naturlehre unvermerkt mit Hypothesen belästigt haben welche bei einer Kritik dieser Prinzipien verschwinden ohne dadurch doch dem Gebrauche der Mathematik in diesem Felde der ganz unentbehrlich ist im mindesten Abbruch zu tun die ursprüngliche Idee einer Philosophie der reinen Vernunft schreibt diese Abteilung selbst vor sie ist also architektonisch ihren wesentlichen Zwecken gemäß und nicht bloß technisch nach zufällig wahrgenommenen Verwandtschaften und gleichsam auf gut Glück angestellt eben darum aber auch unwandelbar und legislatorisch es finden sich aber hierbei einige Punkte die Bedenken erregen und die Überzeugung ihrer Gesetzmäßigkeit schwächen könnten zuerst wie kann ich eine Erkenntnis a priori mit in Metaphysik von Gegenständen erwarten insofern sie unseren Sinnen mit in a posteriori gegeben sind und wie ist es möglich nach Prinzipien a priori die Natur der Dinge zu erkennen wie 876 und zu einer rationalen Physiologie zu gelangen Die Antwort ist wir nehmen aus der Erfahrung nichts weiter als was nötig ist uns ein Objekt teils des äußeren teils des inneren Sinnes zu geben jenes geschieht durch den bloßen Begriff Materie undurchdringliche leblose Ausdehnung dieses durch den Begriff eines denkenden Wesens in der empirischen inneren Vorstellung ich denke übrigens müssten wir in der ganzen Metaphysik dieser Gegenstände uns alle empirischen Prinzipien gänzlich enthalten die über den Begriff noch irgendeine Erfahrung hinzusetzen möchten um etwas über diese Gegenstände daraus zu urteilen zweitens wo bleibt denn die empirische Psychologie welche von jeher ihren Platz in der Metaphysik behauptet hat und von welcher man in unseren Zeiten so große Dinge zur Aufklärung erwartet hat nachdem man die Hoffnung aufgab etwas taugliches a priori auszurichten ich sie kommt dahin wo die eigentliche die empirische Naturlehre hingestellt werden muss nämlich auf die Seite der angewandten Philosophie zu welcher die reine Philosophie die Prinzipien a priori enthält die die mit jener zwar verbunden aber nicht vermischt werden darf also muss empirische Psychologie aus der Metaphysik gänzlich verbannt sein und ist schon durch ihre Idee davon gänzlich ausgeschlossen gleichwohl wird man ihrem nach dem Schulgebrauch doch noch immer ob zwar nur als Episode ein Plätzchen darin verstatten müssen B 877 und zwar aus ökonomischen Bewegursachen weil sie noch nicht so reich ist dass sie allein ein Studium ausmachen und doch zu wichtig als dass man sie ganz ausstoßen oder anderswo anheften sollte wo sie noch weniger Verwandtschaft als in der Metaphysik antreffen dürfte es ist also bloß ein so lange aufgenommener Fremdling dem man auf einige Zeit einen Aufenthalt vergönnt bis er in einer ausführlichen Anthropologie dem Pendant zu der empirischen Naturlehre seine eigene Behausung wird beziehen können das ist also die allgemeine Idee der Metaphysik welche da man ihr anfänglich mehr zumutete als zurecht verlangt werden kann und sich eine Zeit lang mit angenehmen Erwartungen ergötzte zuletzt in allgemeine Verachtung gefallen ist da man sich in seiner Hoffnung betrogen fand aus dem ganzen Verlauf unserer Kritik wird man sich hinlänglich überzeugt haben dass wenn auch Metaphysik nicht die Grundfesttippen der Religion sein kann so muss sie doch jederzeit als ihre Schutzwehr stehen bleiben und dass die menschliche Vernunft welche schon durch die Richtung ihrer Natur dialektisch ist eine solchen Wissenschaft niemals entbehren kann die sie zügelt und durch ein cientifisches und eine völlig einleuchtende Selbsterkenntnis die Verwüstungen abhält welche eine gesetzlose spekulative Vernunft sonst ganz unfehlbar in Moral sowohl als Religion anrichten würde man kann also sicher sein so spröde oder geringschätzig auch diejenigen tun wie 878 die eine Wissenschaft nicht nach ihrer Natur sondern allein aus ihren zufälligen Wirkungen zu beurteilen wissen man werde jederzeit zu ihr wie zu einer mit uns in zweiten geliebten zurückkehren weil die Vernunft da es hier wesentliche Zwecke betrifft rastlos entweder auf gründliche Einsicht oder auf Zerstörung schon vorhandener guter Einsichten hinarbeiten muss Metaphysik also sowohl der Natur als der Sitten vornehmlich die Kritik der sich auf eigenen Flügeln wagenden Vernunft welche vorübend vorhergeht machen eigentlich allein dasjenige aus was wir im echten Verstande Philosophie nennen können diese bezieht alles auf Weisheit aber durch den Weg der Wissenschaft den einzigen der wenn er einmal gebahnt ist niemals zuwächst und keine Verehrungen verstattet Mathematik Naturwissenschaft selbst selbst die empirische Kenntnis des Menschen haben einen hohen Wert als Mittel größtenteil zu zufälligen am Ende aber doch zu notwendigen und wesentlichen Zwecken der Menschheit aber als dann nur durch Vermittlung einer Vernunfterkenntnis aus bloßen Begriffen die man mag sie benennen wie man will eigentlich nichts ist als Metaphysik eben deswegen ist Metaphysik auch die Vollendung aller Kultur der menschlichen Vernunft die unentbehrlich ist wenn man auch ihren Einfluss als Wissenschaft auf gewisse bestimmte Zwecke beiseite setzt denn sie betrachtet die Vernunft nach ihren Elementen und obersten Maximen die selbst der Möglichkeit einiger Wissenschaften und dem Gebrauch aller zugrunde liegen müssen dass sie als bloße Spekulation mehr dazu dient Irrtüme abzuhalten als Erkenntnis zu erweitern tut ihrem Wert keinen Abbruch sondern gibt ihr viel mehr Würde und Ansehen durch das Zensor Amt welches die allgemeine Ordnung und Eintracht ja den Wohlstand des wissenschaftlichen Wesens allgemein sichert und dessen mutige Arbeitungen abhält sich nicht von dem Hauptzweck der allgemeinen Glückseligkeit zu entfernen b 880 der Transzentalen Methodenlehre viertes Hauptstück die Geschichte der reinen Vernunft dieser Titel steht hier nur um eine Stelle zu bezeichnen die im System übrig bleibt und künftig ausgefüllt werden muss ich begnüge mich aus einem bloß transzentalen Gesichtspunkt nämlich aus der Natur der reinen Vernunft einen flüchtigen Blick auf das Ganze der bisherigen Bearbeitungen der Geschichte zu werfen welches freilich meinem Auge zwar Gebäude aber nur in Ruinen vorstellt Es ist merkwürdig genug ob es natürlich nicht anders zugehen konnte dass die Menschen im Kindesalte der Philosophie davon anfingen wo wir jetzt lieber endigen möchten nämlich zuerst die Erkenntnis Gottes und die Hoffnung oder wohl gar die Beschaffenheit einer anderen Welt zu studieren was auch die alten Gebräuche die noch von dem rohen Zustand der Völker übrig waren für grobe Religionsbegriffe eingeführt haben mochten so hinderte dieses doch nicht den aufgeklärten Teil sich freien Nachforschungen über diesen Gegenstand zu widmen und man sah leicht ein dass es keine gründliche und zuverlässigere Art geben könne der unsichtbare Macht die die Welt regiert zu gefallen um wenigstens in einer anderen Welt glücklich zu sein als den guten Lebenswandel Daher waren Theologie und Moral die zwei Triebfedern oder besser Beziehungspunkte zu allen abstrakten Vernunft Forschungen denen man sich nachher gewidmet hat Die erstere war indessen eigentlich das was die bloß spekulative Vernunft nach und nach in das Geschäft zog welches in der Folge unter dem Namen der Metaphysik so berühmt geworden ist Ich will jetzt die Zeiten nicht unterscheiden auf welche diese oder jene Veränderung der Metaphysik traf sondern nur die Verschiedenheit der Idee welche die hauptsächlichsten Revolutionen veranlasste in einem flüchtigen Grundriss darstellen und da finde ich eine dreifache Absicht in welcher die namhaftesten Veränderungen auf dieser Bühne des Streites gestiftet wurden Erstens mit Blick auf den Gegenstand aller unserer Vernunft Erkenntnis waren einige bloß sensual andere bloß Intellektual Philosophen Epikur kann der vornehmste Philosoph der Sinnlichkeit Plato des Intellektuellen genannt werden Dieser Unterschied der Schulen aber so subtil er auch ist hatte schon in den frühesten Zeiten angefangen und hat sich lange ununterbrochen erhalten die von der ersten Schule behaupteten in den Gegenständen der Sinne sei Allein Wirklichkeit alles Übrige sei Einbildung die von der zweiten Schule sagten dagegen in den Sinnen ist nichts als Schein nur der Verstand erkennt das Wahre b 882 Darum stritten aber die ersten den Verstandes Begriffen doch eben nicht alle Realität ab sie war aber bei ihnen nur logisch bei den anderen aber mystisch jene räumten intellektuelle Begriffe ein aber nahmen bloß sensible Gegenstände an diese verlangten dass die wahren Gegenstände bloß intelligibel wären und behaupteten eine Anschauung durch den von keinen Sinnen begleiteten und ihrer Meinung nach nur verwirrten reinen Verstand zweitens ob der Ursprung reiner Vernunfterkenntnisse aus der Erfahrung abgeleitet oder unabhängig von ihr in der Vernunft ihre Quelle hat Aristoteles kann als Haupt der Empiristen Plato aber der Noologisten angesehen werden Locke der in neueren Zeiten dem ersten Leibniz der dem Letzteren obgleich in genügender Entfernung von dessen mystischem System folgte haben es gleichwohl in diesem Streit noch zu keiner Entscheidung bringen können wenigstens verfuhr Epico seinerseits viel konsequenter nach seinem Sensualsystem denn er ging mit seinen Schlüssen niemals über die Grenze der Erfahrung hinaus als Aristoteles und Locke vornehmlich der Letztere der nachdem er alle Begriffe und Grundsätze von der Erfahrung abgeleitet hatte so weit im Gebrauch der Erfahrung geht dass er behauptet man könne das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele obwohl beide Gegenstände ganz außer den Grenzen möglicher Erfahrung liegen wie 883 ebenso evident beweisen als Verfahren nach Grundsätzen sein nun kann man die jetzt in diesem Fach der Nachforschung herrschende Methode in die naturalistische und scientifische einteilen der Naturalist der reinen Vernunft nimmt es sich zum Grundsatz dass durch gemeine Vernunft ohne Wissenschaft welche er die gesunde Vernunft nennt sich bei den habensten Fragen die die Aufgabe der Metaphysik ausmachen mehr ausrichten lasse als durch Spekulation Er behauptet also dass man die Größe und Weite des Mondes sicherer nach dem Augenmaß als durch mathematische Umschweife bestimmen kann Es ist bloß Misologie auf Grundsätze gebracht welches das Ungereimteste ist die Vernachlässigung aller künstlichen Mittel als seine eigene Methode gerühmt seine Erkenntnis zu erweitern Denn was die Naturalisten aus Mangel mehr Einsicht betrifft so kann man ihn mit Grunde nicht zur Last legen sie folgen der gemeinen Vernunft ohne sich ihrer Unwissenheit als eine Methode zu rühmen die das Geheimnis enthalten soll die Wahrheit aus Demokritz tieferen Brunnen herauszuholen Quats Quatsappio Satis Est Est Mihi Non Ergo Kuro Esse Quod Acesilas Arumnonisque Solones Perseus ist ihr Wahlspruch bei dem sie vergnügt und beifallswürdig leben können B 884 ohne sich um die Wissenschaft zu bekümmern noch deren Geschäft zu verwirren Was nun die Beobachter einer wissenschaftlichen Methode B 884 Was nun die Beobachter einer wissenschaftlichen Methode betrifft so haben sie hier die Wahl entweder dogmatisch oder skeptisch in allen Fällen aber doch die Verbindlichkeit systematisch zu verfahren Wenn ich hier bei der ersteren den berühmten Wolf bei der zweiten David Hume nenne so kann ich die übrigen meiner jetzigen Absicht nach ungenannt lassen Der kritische Weg ist allein noch offen Wenn der Leser diesen in meiner Gesellschaft durchzuwandern Gefälligkeit und Geduld gehabt hat so mag er jetzt urteilen ob nicht wenn es ihm beliebt das seinige dazu beizutragen um diesen Fußsteig zur Heeresstraße zu machen dasjenige was viele Jahrhunderte nicht leisten konnten noch vor Ablauf des Gegenwärtigen erreicht werden möge nämlich die menschliche Vernunft in dem was ihre Wissbegierde jederzeit bisher aber vergeblich beschäftigt hat zur völligen Befriedigung zu bringen 19. Juli 2019 Adem zu bringen zu bringen zu bringen zu bringen Vielen Dank.